Am Anfang war das erstmal nur eine Idee, verpackt in einem riesengroßen Traum. Wir wollten mal unser eigenes Ding machen und wir wollten uns auch irgendwie selber beweisen, hey, wir können das, wir schaffen so ein Projekt. Nach unzähliger Recherche haben wir dann so langsam gemerkt, warte mal, das passiert ja wirklich, wir machen das jetzt. Und dann war die Idee von der Dokumentation in Nepal, die saß so fest in unserem Kopf, die ging auch nicht mehr raus. Und im September 2015 haben wir uns dann wirklich auf den Weg gemacht. Wir waren Zuhörer von unglaublichen Geschichten, über die Suche nach Erleuchtung, die Hoffnung einer freien Nation über den Kampf der Geschlechtergleichheit, über den spirituellen Weg und einen schamanistischen Weg. Du wirst blüßt空 Ländern noch einfach Ja, was haben wir rausgefunden? Nepal ist einfach nicht nur ein Land mit Bergen und Trekking. Daran geht es um so viel mehr. Nepal hat so unglaublich tolle Menschen, die sich gegenseitig helfen, die gemeinsam an die Zukunft glauben. Und darum geht es einfach in unserem Film.